Notenbanken erwarten höhere Leitzinsen, Sorglosigkeit an den Aktienmärkten, künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen zum astronomischen Sommerbeginn. Wir haben einige Themen, die spannend sind. Spannend waren die Ergebnisse der Notenbanken allemal, die Auswirkungen waren überschaubar. Während Aktien nunmehr die fünfte Woche in Folge positiv schlossen, stiegen die kurzfristigen Renditen in der Erwartung, dass die Notenbank nun in die Verlängerung gehen und weitere Anpassungen vornehmen werden. Hauptargument bleibt die relativ hohe Inflation. So sehen die Mitglieder der FED noch zwei Anhebungen. In ihrer Einschätzung, das sind die sogenannten Dots, also die erste rote Punktwolke in der linken Grafik. In den folgenden Jahren 2024 und 2025 streut die Wolke und ist breiter und sinkt. Damit wird mehr oder weniger bestätigt, dass ab 2024 die Zinsen wieder abgesenkt werden können. Die Europäische Zentralbank hat ihre Wachstums- und Inflationserwartungen angepasst. Zur Überraschung vieler gab es nur bei der Kerninflation starken Anpassungsbedarf. Sowohl für heuer als auch für nächstes Jahr wurde diese um ein halbes Prozent angehoben. Erst ab 2025 wird eine Rückkehr der Inflationsrate nahe an das 2%-Ziel erwartet. Das bedeutet länger, höhere Zinsen und aus derzeitiger Sicht geringeres Potenzial beim Wachstum. Ist es Sorglosigkeit? Sind es Wirtschaftsdaten, die beiderseits des Atlantiks schwächeln, ohne dass ein Einbruch erkennbar ist? Oder ist es die Hoffnung auf den Megatrend künstliche Intelligenz? An den Aktienmärkten beeindrucken die Unternehmen mit überdurchschnittlicher Performance, die direkt zum Beispiel als Produzenten von Mikrochips oder indirekt als zukünftige Anbieter profitieren. Warum ist Tesla dabei? Tesla bietet elektronische Speicher an, in- als auch außerhalb von Automobilen und intelligente Energiesysteme und Speicher ergänzen sich in Zukunft bei der Stromversorgung. Künstliche Intelligenz, wo stehen wir bei dieser Entwicklung? Hier geht es um einiges mehr als um Texte, Optimierungen oder um Digitalisierung. Was wir benötigen, sind Mikrochips, die viele Prozesse parallel abwickeln können. Das ist der Grund, warum vor allem in der ersten Phase Produzenten von Grafikkarten profitieren. Dazu einige Details. Was ist so eine CPU? Auf Neudeutsch ein Zentralprozessor. Dieser besteht aus Cores, also kernende Operationen, getrennt voneinander ausführen. Kurz gesagt, das ist das Schweißermesser im täglichen elektronischen Leben. Mit diesen Mikrochips bewältigt ihr Microsoft, Excel, Word, könnt YouTube abspielen, bestellt einen Uber oder verbindet euch mit Bluetooth mit anderen Netzen. Also kurz gesagt, der Allrounder schlechthin. Die GPU, der Grafikprozessor, ist spezialisiert auf sich wiederholende unabhängige Prozesse mit hohen Datenvolumen. Um daraus sehr detaillierte Grafiken zu gestalten, künstliche Intelligenz wird es erst, wenn aus hohem Datenvolumen Muster oder Erklärungen abgeleitet werden. Dazu benötigt man viele parallel laufende Prozesse. Daher besteht eine Grafikkarte aus mehreren tausend parallel arbeitenden Kernen, um zum Beispiel die Grafik beim modernen Computerspielen sehr detailreich und fein gegliedert darstellen zu können. Im echten Leben sind das Auswertungen von Erd- oder Klimabeobachtungen. Zum Beispiel wird die Wolkenmenge und die Strömung auf Satellitenbildern analysiert, um daraus die Solarstromproduktion für die nächsten Stunden vorherzusagen. Sehr real wird die Anwendung bei der Betreuung von Flüchtlingslagern. Die Auswertung von Satellitenbildern liefert Antworten auf die Fragen, wie viele Menschen leben dort, wie viele Lebensmittel benötigt man, Wasser, Kleidung, Medizin. Alles das wird berechnet. Neben Strom benötigen wir sehr viel mehr Rechenzentren und Mikrochips. Der GBU-Markt soll von 43 Milliarden auf 130 Milliarden in den nächsten Jahren ansteigen. Kommen wir zurück zu den Daten. Positive gab es gestern an der US-Immobilienfront. Und abgesehen von steigenden Preisen seit Jahresanfang wurden mehr Genehmigungen erteilt und 21% mehr Projekte gestartet. Notenbank-Sitzungen finden unter anderem in der Türkei und Großbritannien statt. Und am Freitag werden die Daten der Einkaufsmanager für Europa und die USA erwartet. Ich melde mich nächste Woche wie gewohnt. Damit ihr nichts versäumt, abonniert den Kanal wie gewohnt hier. Alles Gute und gesund bleiben, euer Leri. Und dann, bis zum nächsten Mal. Komm her. jetzt mir dann die 領